Unuratu, meine Mutter, Kriegerin, Rebellin, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Pai Chiti zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuwak Jaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Pai Chiti für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah. Lara hat gesagt, du hast eine Freundin. Äh... Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Äh... Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Ja, das war Shadow of the Tomb Raider. Ich hoffe, euch hat es hier gefallen. Auch wenn manchmal... Nein... Musik 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 Aber es ist Wahnsinn wie viele Leute an einem Spiel arbeiten Musik Wahnsinn Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020